Musik Könnten Sie mir mal in Ihrem Dialekt, den Sie schwätzen, irgendwas erzählen? Das ist ein bisschen problematisch, ich bin nämlich ein Partner. Und ob das da jetzt im Schwäbischen gern gehört wird. Ich freue mich auf den Abend heute. Fühlst du dich nicht glücklich und fühlst dich nicht wohl, dann pack deine Sachen und fahr nach Tirol. Jetzt geht's los, jetzt soll ich da Schwäbisch sprechen und was ist da noch? Sind Sie stolz auf Ihre Sprache? Aber wie? Warum? Das ist meine Sprache. Hochdeutsch, das können Sie doch vergessen. Ja und ich kann leider nur mit einem hochdeutschen Hallo auftrumpfen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben heute zu einer Sondersendung PULS. Wir sind auf dem Mundart Festival in Stuttgart in der Liederhalle. Und da geht es heute nur um das Thema Dialekte und Mundart und das auf eine sehr amüsante Art und Weise. Und da nehme ich Sie jetzt mit hin. Ich soll die erste von der Stillgruppe sein, die perfekt Hochdeutschwätzchen in Gänse entsetzen kann. Mama will mich noch bis zur Einschulung stillen. Das täte meine Intelligenz fördern. Weil wer im Schwabenländle geboren ist, täte die Intelligenz mit der Muttermilch aufsaugen. Aber Schwäbe schwätzen darf ich nicht. Sie schwätzt immer ganz edel und mit Nagel aber feindlos, wenn die anderen Mütter aus der Stillgruppe zuharchen. Und hier wird das Ganze nachher stattfinden. Momentan sind die Plätze noch leer, aber es ist ausverkauft. Es ist total beliebt, das Mundart Festival. Und den jungen Mann, den Sie da hinten mit der Gitarre sehen, ist Reinhold Hittinger. Der kann uns gleich Rede und Antwort stehen. Warum braucht es das Mundart Festival? Was ist das überhaupt? Und ich frage mich so kurz vor der Veranstaltung, musst du ja noch Gitarre üben? Was ist da los? Alles das klären wir jetzt. So, ich persönlich finde, jetzt ist genug geübt. Wir müssen jetzt mal ganz uncharmant unterbrechen. Ja, jetzt kann ich auch applaudieren. Ja, schönen guten Tag. Hittinger, ich habe eine Frage. Wenn Sie so kurz vor der Veranstaltung noch üben, was ist da los? Was da los ist, das ist die wahre Freude an der Musik. Was ist das Mundart Festival? Das Mundart Festival wird seit ca. 17, 18 Jahren veranstaltet vom Alpverein. Im Sinne von Kulturförderung, Richtung Mundart, also Dialekt. Nicht nur der Schwäbische, sondern allgemein, was aus Baden-Württemberg kommt. Also die Vereinstätigkeit, die kriegt ja erst die richtige Würze, wenn man sich berufen fühlt. Für ein Emdli. Wenn man sich in den Ausschuss wählen lässt. Oder gar ein Pöschli übernimmt. Also Pressewart, Kassier, Schriftführer oder die Karriereleiter nach oben strebt. Und ich kann es Ihnen sagen, mit Herzblut schrieben. So frei ist wichtig, Empferei ist schön. Das ist der Grund, weshalb die Empferei ins Meier bin. Musik, Tanzen, Schaffen, Sport, die Jugend auf dem Land. Käuferei funktioniert ohne Mensch im Ehrenamt. Alle Jahre mal kommt die Hauptversammlung zusammen. Die Briefe, was Sie da hin? Vorstandsfrauen, Vorstandsmäne. Und nach Berichte, Kassenprüfung, Statistik und Zahlen. Geht's na auch gleich an die Vorstandswahlen Warst du des ja auch überfleißig, hast du nix angestellt Na hast du auch gute Karte, wirst ganz sicher wieder gewählt Doch die Aufregung von dem Urnergang ist jedes Mal recht groß Da lieget euch alle Nerven blank und bloß Doch die Wahlen, die ganz zügig, ohne Geheimniskrämerei Wirst ohne Wahlkampf gewählt, ja so isch's halt Empferei Und ihr an, worum sie mich in meinem Amt bestätigt hünd Ja, das ist doch ganz klar, weil mir Sushkolb-Liedre fänd Ist Mundart bedroht oder warum braucht es so einen Abend? Mundart bedroht denke ich jetzt gar nicht, aber die Mundart verändert sich ganz stark Was unsere Urväter noch mit eigenen Wortschätzen teilweise von Ort zu Ort nicht mal verständlich hatten Wird jetzt regionale Mundart Ich nehm das gelassen, es ändert sich, aber wir arbeiten dran, dass etwas erhalten bleibt Was ist der Unterschied zwischen Dialekt und Mundart? Ich seh da keinen Leidenschaft durch Leiden, das isch der Schwab Es geht nichts über Selbstkasten, Junge Ich mach das mit Wechselduschen Und zwar wechsle ich nicht zwischen warm und kalt Sondern zwischen kalt und saukalt Und so hab ich plötzlich jodeln können Ja, ich zeig ihnen mal wie das geht Das könnt ihr morgen früh gleich im Bad ausprobieren Aber machen sie das Badfenster vorher zu, gell Nicht dass die Nachbarn meine Seite da weg was anderem jodeln Wir brauchen einen Duschkopf Ja Das war eine kalte Lumpa, gell Vor allem die, die drinnen gesteckt sind Jetzt denken wir mal, wenn das ein Duschkopf wäre, gell Und dann fängt man da mit dem kalten Wasser an Hu 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 Jaa, jaa, ho hu 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 Ja ja, 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 ja Oh ja, ohä, 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 ohä Oh ja, ohä, 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 ohä Und jetzt sind wir in dem Bereich, den man so Backstage-Bereich nennt. Und bei mir ist Helga Becker. Frau Becker, Sie müssen sich doch gar nicht schön machen, Sie sind doch noch schön genug. Ich weiß das, aber man hat ja schon ein bisschen Ehrgeiz, dass man auf der Bühne noch schöner ist. Sie werden es gleich sehen, wie schön. Was ist für Sie das Tolle, beim Mundart-Festival aufzutreten? Also erstens in der Landeshauptstadt natürlich. Wenn man so ein Landei ist wie ich, dann kommt man doch sehr gerne mal in die Landeshauptstadt. Und dann unter den Kollegen, das ist auch ganz toll. Und da ich auch Mitglied im Schwäbischen Alpverein bin, bietet sich das an. Ein Fan will mich gerade, glaube ich, hier am Telefon haben. Sie haben Fans? Das ist Ihr Handy, was hier klingelt. Ja, Sie dürfen gerne mal angehen. In der Zeit klaue ich mir mal ein Brötchen erst. Sehr gut, das war doch meine Chance, auf die habe ich nur gewartet. Sehr schön. Und jetzt heißt es verwandeln. Jetzt dürfen Sie mal loslegen, weil Sie haben jetzt vor lauter Quatschen vergessen, sich fertig zu machen. Genau. Ah, blond ist immer gut. Ja, das ist sehr schön. Und auch hier onduliert die Haare. Ja, das muss schon sein, wenn man dann... Jetzt fragen wir mal meinen Kameramann, den Sie übrigens die ganze Zeit im Bild sehen. Weißt du, was onduliert ist, Chris? Kann Sie das mal für die Männer erklären? Das heißt, mit Lockenwicklern mal trätiert. Onduliert sagt man da. Sehr schön. Ach, die Brille wird auch noch gewechselt. Dann lassen wir Sie jetzt alleine und sehen Sie auf der Bühne. Ich sage danke, dass wir Sie so privat beim Schminken zeigen durften. Ja, das zeigt sich ja gern von seiner besten Seite. Ein kleiner Tipp, dass wir gut durch die Arbeit kommen. Immer wenn eine Literatur kommt, mache ich so ein paar Schritte auf die Seite. Und wenn ich noch wieder zurück trete, dann tätet ihr wissen, dass das Ding jetzt rum ist, dass das lustig war und dass ihr Patschen könnt. Und dann kommt man aber irgendwie so durch. Also, von der Sturkater. Schöne Gläutle, seidne Strämpfe, reiche Kopf und noble Krämpfe. Brennende Haare und glatte Gesichtle und den Laptop und den Geschwanz, dass man sich vor den Früchten vorkommt, wie ein Land Pomeranz. Und in Allmachtsgradle haben sie und das Maul vollnehmen die in sie. Händerst du Gott, hast den Zweifel, käme zuerst nichts und noch viel Teufel. Kommst du gerade von seinem Kohl, wieder hält gar niemand vor. Doch alles, was echt recht ist, aber es geht hinter Sturgert auch noch leid. Das sind auch nicht alles Dreimer. Freilich, ich gestein das Ei, wer ich nicht erhüpfe, ich kann Schau von Sturgert sein. Hier sehen Sie gerade Sabine Essinger am Kruspeln. Das macht Spaß, rumkruspeln, gell? Ja, natürlich, vor allem, wenn man Sachen sieht, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Sie sind heute auch auf der Bühne beim Mundart Festival. Sie sind Typenkabarettistin, das heißt, Sie brauchen jede Menge Requisiten. Ja, also ich habe immer verschiedene Figuren. Also 15 Figuren, die heißen alle Fleischle mit Nachnamen. Die kommen aus einem 500-Seelen-Dorf, zwei Familiennamen. Der eine Familienname ist Wurst, der andere Fleischle. Da gibt es sehr schöne Kombinationen dabei. Und jetzt baue ich gerade hier das Tischle auf für die Grabszene nachher, weil die Witwe-Fleischle, Sie möchten nicht Oma-Fleischle heißen, Sie möchten Witwe-Fleischle heißen, damit die potenziellen Kandidaten wissen, sie ist wieder zu haben, gell? Und da brauche ich aber ein bisschen so eine Grabatmosphäre, in der da die Blümeln sind. Kennt ihr auch nicht den Großzoggen? Der Riesenhaushalt, die Äcker, die wängert immer bloß schaffen. Und jetzt im Alter kann ich auch noch schaffen gehen. Oh, schaffen. Im Senioren-Puff-80+. Bei uns ist ja nicht die familiäre Atmosphäre. Bei uns geht's nicht so steif zu. Das hat mir sehr gefallen. Ich bin ja fast jedes Jahr da hier. Man wird zum Lachen einfach animiert und muss mitsingen und muss mitlachen. Also es ist wirklich schön. Ich finde es total unterschiedlich, auch was vorgetragen wird. Also ich finde es abwechslungsreich auf jeden Fall. Ja, und ein anständiges Mundart-Festival hat natürlich auch einen Präsidenten. Bei mir ist jetzt Dr. Rauchfuß. Grüße Sie. Ich grüße Sie auch. Das Ganze wird ja ausgerichtet vom Schwäbischen Alpverein. Da sind Sie der Präsident. Wie gefällt es Ihnen bis jetzt? Also bis jetzt sehr gut. Sie sind von über 90.000 Mitgliedern der Präsident. Wie erklären Sie sich diese Riesenmasse an Menschen, die in Ihrem Verein sein wollen? Also wir sind Europas größter Wanderverein. Das liegt damit zusammen, dass unser Vereinsgebiet sehr groß ist. Das ist also die Hälfte von Baden-Württemberg, der württembergische Teil. Und vor allem die Vielfalt, die wir als Schwäbische Alpverein betreiben. Wir bieten ja vielen Wanderungen an. Wir machen Naturschutz, Wegearbeit. Es gibt so vieles dann auch vom kulturellen Bereich, das wir durchführen. Und da wird also im Prinzip jeder irgendwie angesprochen. Sie sind in Stuttgart geboren? Ich bin gebürtiger Stuttgarter, ja. Können Sie jetzt so zum Abschied unseres Interviews nochmal irgendwas Schönes auf Schwäbisch, auf so richtig Sturgatterisch zu meinem Publikum sagen? Das ist natürlich so spontan, jetzt schön was zu sagen. Also mir gefällt es so mäßig gut. Ja, so wunderbar. Mir auch. Ich bin gebürtiger Metzger, Schuster, Schneider, Dicke, Wied und Hunger, Leider. Aber den Grundkonditer, Leichenträger, Hartzig, Bitter, Tiefel, Ipser, Kämmich, Fäber, Fäder, Voxer, Heilgen, Pfleger, Stadtagwieser, Fleischbeschauer, Kumpferschmieden, Feilenhauer, Fänger, Docken, Kappenmacher. Junge Spritzer, alte Kracher. Er lässt sich dem Senk frei, so muss es sein.